Ja, hallo allerseits, gleich gibt's ein kurzes Live-Looping mit dem iPad-Ad Groovemaker. Sehr cooles Ad, muss ich wirklich sagen. Hab momentan leider nur die Free-Version, geht ja nicht anders. Aber am 28. werde ich mir auf jeden Fall auch die Vollversion holen. Aber ihr werdet gleich sehen, auch mit der Free-Version kann man schon so einiges anstellen. Ja, guckt's euch an, viel Spaß dabei und ich sage Peace, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.